Moin moin und hallo liebe YouTuber, wir haben ein ultimatives Gewinnspiel von TheGameCutie gesponsert. Wir verlosen die Battlefield 3 PC Version als normale Edition und die PS3 Version als Limited Edition mit dem DLC Back to Karkant. Beides in Unbenus, wir haben nur die Schweißfülle abgerissen um zu gucken ob alles drin ist. Was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst den Account abonnieren und als Kommentar dann unten drunter schreiben was ihr haben wollt und ob ihr die PC Version oder die PS3 Version habt. Xbox Version gibt es nicht, nur die zwei die hier liegen. Also abonnieren und als Kommentar drunter schreiben ob ihr PC oder PS3 haben wollt. Eins von beiden, nicht beides. Ja, das war es eigentlich schon und die ganzen anderen Videos zu Battlefield 3 findet ihr auf unserem Kanal TheGameCutie. Ja, und so würde ich sagen, viel Glück! Önachbar Vielen Dank.